Welche beiden oben? Ich hab's geschafft. Oh, da war grad wieder dieses, ich hätt ja mal vorher nachladen sollen. Immer nach jedem Schuss nachladen. Die zwei Kugeln könnten meinen Arsch retten. Das Wort draufgehen möchte ich jetzt auch nicht sprechen. Da vorne ist mein Ausgang. Weiter! Nein, egal. Ziemlich eisig hier, wie gut. Nicht gut. Ich will da nicht runter. Oh, shit, 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 shit. Oh, Cormac ist, glaube ich, jetzt hier... Ui, 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 ui. Nein, wir leben. Das ist alles zur Spannung. Aber ich glaube, wir leben alle noch. Wir können versuchen, dem Wasser hier entlang zu folgen. Sieht nicht aus, als hätten wir eine Wahl. Dem Wasser. Ich geh vor. Mit schönem Bier. Ihn ohne Rückenfreiheit. Nein, du gehst nicht vor, ich geh vor. Okay, da geh du vor. Das Spiel, weil will, 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 bläh. Das Spiel will, was es will. Aber der Typ ist mit so einem Lärmarsch, deswegen geh ich jetzt vor. Das ist die reinste Tiefkultur hier unten. Da haltet auch Reparatur anzunehmen. Blub, blub. Das ist ein böse Buben. Naja, er wird schon wissen, was er macht. Ach, feindliche Truppen. Ich schmeiß erstmal alles an Granaten. Reiter vorrücken. Jetzt hab ich meine. So. Ich hab sie gekehlt. Ich hab sie gekehlt. La 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 la. Macht sie fertig. Doch, ich freu mich sogar sehr, sehr früh. Die erleben schwere Verluste. Ja, ja. Und ich hänge in der Grafik fest. Ne, es war nur ein Fels. Es war ein Fels. Okay, die gehören zu uns. Man nennt sowas auch Flankieren. Ähm, dürfte ich hier vielleicht oben einfach mal hin? So, weg mit euch. Kaputt. Wo ist der Fahreind? Jawohl. Jawohl. Mutti. Ne, ist nicht Mutti. Ist, äh, Schwibbschwager. Der hat auch zu kum oder sowas. Der ist die ganze Zeit nur so ganz komisch hin und her gelaufen. So, wäh. Der Zombie-Hund. Hä? Ja, ich sollte gleich mal was trinken. Gleich. Oh, rutschen. Yay. Ach, schade, schon vorwoll. Oh Gott, geht das so. Genau. Das muss der Hubschrauber sein. Na los, wir müssen weiter. Wie, ich muss jetzt hier einen Auf-Cliff-Hänger machen. Kontakt voraus. Drohnen nähern sich. Link. Wir sind in zwei, drei. Guardian 5 hat die Fachmacht und wir nähern uns ihrer Position. Verstanden? Den EMP feiern wir, Chell. Ich hab kein EMP. Wiederholen gegen Kinn. Ist deine Expektion möglich? Ich hab kein EMP. Ich hab kein EMP. Blend EMP. Jawoll. Bäm. Alle Drohnen weg. Dank EMP. Pi. Ich bin gelandet. Oh, der Sonnenaufgang wie Roman. Ey, das sieht da nice aus von der Berglandschaft her. Kann man da sagen, wo das ist? Sie haben die Fracht. Hä, hä, hä. Ach ja, stimmt. Arktis. Ich hab ein Scharfschützengewehr. Erledige die Nachzügele. Ilona. Eröffne das Feuer, wenn wir in Position sind. Ilona. Schießt du zuerst, Mensch. Wieso ich? Ich will nicht zuerst. Feuer, Elf! Wo? Los, wir brauchen die Fracht. Mitchell, da sind noch mehr meine Fracht. Daneben. Ich schieße. Zwei auf einmal. Zwei. Okay, Nachladen muss man ja auch mal. Drei auf einen Schlag. Ich schieße. Brauchst du nicht, das mach ich schon für dich. Ziele erledigt. Wir können weiter. Hier runter. Wir müssen vorstoßen. Dieser Vitoll darf nicht abheben. Hier runter. Wir müssen vorstoßen. Dieser Vitoll darf nicht abheben. Gib mir den Deck. Feind der Ringen von Westen aus. Paket startet Feuer. Ich bin abgesoffen. Ach so, das ist Absicht gewesen. Ich weiß nicht, aber Blut, 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 Blut. Blut. Ach, ihr. Gideon? Atlas 1, bitte kommen. Hier ist Atlas 1. Juarez und Michael sind tot. Was? Haha. Warum jetzt, Gideon? Du hättest mit uns aus Neubagda streamen können. Wir wären kein bisschen klüge. Es gab einfach zu viele Fragen. Ich musste selbst Antworten finden. Das stimmt. Ich will den genauso unter die Erde bringen wie du. Aber dafür müssen wir diese Fracht erreichen. Sofort. Okay. Dann geh vor. Immerhin. Schnapp durch die Stinger und versteck dich. Ich hab ein Raketenwerfer. Verwählen. 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 Wo ist er denn? Ui. 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 Was? Ich bin doch gesprungen! Okay. Oh, ihr... So, er mit der Fracht. So, hab ich. Genau. Ah, sehr schön, sehr schön. Haben wir Verbesserungen? Ja, wir haben einen Punkt. Was war das? Aktiviert Granatenerkennung. Ja, doch, komm. Jetzt haben wir alles einmal. Finde ich gut, finde ich schön, finde ich absolut toll. So, ich sage euch mal wiederzunehmen, wenn du dich und profile. So, dann... So, ich sage euch mal an, wie groß wie�have ich dich deploy. So, wenn du denkst, wenn einfach mal wieder House Wenn du dich dann mit einem Passwort 번역 aufhälen, das sprach du dich, klicks echt einmal kommst, weil du dich zuici. Vielen Dank.